Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Heute begrüsst du den neuen Pfarrer in Stahlo bis schönem Wetter. Der Pater Thomas Koram Kuril. Die Kirche war voll. Auf jedem zweiten Bank hat Jung und Alt um neue Pfarrer zugegeben. Und es war direkt ein persönlicher Auftritt von ihm. Ja, ich habe allen gesagt, dass sie mir nur Pater Thomas sagen. In Wallis und Indien. Wer das gehört, sieht den Unterschied schon. Die Weite ausgetäuscht mit den teils engen Hotellen im Wallis. Aber das gefällt ihm. Ja, das ist sehr schön. Die Aussicht gefällt mir. Sehr wunderschöne Natur. Ja, die Berge, die Gebiete sind sehr gut. Drei Jahre lang gab er das Laik und die Sustumässe. Jetzt ist er in Stahlo, in Stahlo und in Seisto angekommen. Es ist eine grosse Herausforderung, gleich drei Gemeinden gerecht zu kommen. Aber er bleibt zuversichtlich. Mit der Hilfe von den Leuten werde ich sicher weiter schaffen. Die Leute sind bereit, mir zu helfen. Ich denke, dass wir weitergehen. Ich bin nicht allein. Die Leute werden mit mir arbeiten. Soundskommen sind entstanden. Musik 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 Das ist eineºung. Vielen Dank.